Guck mal was ich denn da abziehe Wie sieht der überhaupt aus alter wie so ein Untoten Todesengel oder was So Jo Seid hier noch von Pfeil und Bogen attackiert Er bringt mir auch, gibt mir oder gibt mir auch so ein kackblaues Schild Nichts großartiges Ich glaube die ganzen Zivilisten sind tot Ich hätte das anders nutzen sollen alter Kein schwerer Schuss Ich hab das Ziel in sich Kein schwerer Schuss Ich hab das Ziel in Sicht Von wo hast du mich denn in Sicht Scheiße Ja Bayek, lässt du mal da los Oh Renagobber, bist du ein Typ Alter Jetzt taucht der hier auch noch auf Jetzt kommt der hier auch noch hin Wo ist er denn Da hinten irgendwo Fuck, 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 fuck Der eine hat hier gerade schon nichts gespürt Alter Wir geben ihn in Rage, alter Wir ziehen da fast nichts ab Jetzt kommt er hier noch mit seiner Garnison Du da, halt Ich hab immer da gesprochen, alter Jetzt sind die da alle drin, ne Ist auch irgendwo da unterwegs Fuck, ey Das ist richtig mies gelaufen Ich hätte nicht mit denen zusammen angreifen dürfen Das war ein ganz, ganz großer Fehler Das sind natürlich erstens alle aufgeschreckt Zweitens Ich da Die nächsten Johnny's die hier auch rumflitzen Man sieht es ja, guck mal wie schnell die sich bewegen Und hier alles absuchen Nach mir Und ich glaub die bleiben auch nicht auf den gewissen Positionen, ne Die sind immer in Eile unterwegs Ich muss mir irgendwas suchen Wo aus ich sie alle im Blick hab Und die mich nicht so schnell sehen Bin hier rum Stufe 35 siehst du Was, das wird Dann schon Ich tat Und wenn ich dann vorher nicht seine Kameraden, die hier da auch noch rumtrustern Ausschalte, dann Wird's ja noch schlimmer Da hinten müssen wir rein Das Problem ist nur Die laufen da jetzt ständig hin und her, ne Sind Alle alarmiert Alle alarmiert Wissen wohl mir Bescheid Wissen wohl mir Bescheid So Ist auch schon mal weg Ist er da im Turm Ich glaub nicht, dass er zu einer Extremgefahr wird Der ist hier unten irgendwo im Boden Der ist da runter Ich würd sagen, da geht er nicht runter So So Kommen wir von hier aus bestimmen Ne Die Feste Doch nicht, oder was Ah doch, doch, doch Wir sind halt alle Vorhin einfach nur den Tunnel gegangen Wenn wir hier lang gegangen Dann Da wären wir bei ihnen in der Feste drunter gewesen, ne Der steht direkt hier an der Tür Ich weiß nicht, ob der jetzt hier irgendwo runterkommt Weil der ist direkt über uns Das Problem wird sein So Hey Soll das etwa los sein? Das war's Was? Habt ihr mich jetzt nicht zu 100% gesehen, oder? Habt ihr mich jetzt nicht zu 100% gesehen, oder? Den da hinten sollen wir uns holen Scheint, dass das jetzt Von denen da hinten hat das schon mal keiner mitbekommen So Das ist das Ende der Korruption Ich sollte zu den anderen Was für Korruption Joa, haben wir ein bisschen was aus der Feste mitgenommen, ne? Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt hier Im Nachhinein nochmal rein wollen Wenn ja, dann Haben sie jetzt natürlich die beste Möglichkeit, weil Hier sind jetzt schon viele weg, ne? Natürlich ist der eine Johnny da, aber dafür sind einige Könige weg Einige Schachfiguren hier auch, wie er jetzt Zum Beispiel Die Bogen nehm ich noch mit Ja, aber mach ich mich auf Guck mal nämlich alles Was ist hier denn? So Gehen wir mal zu denen da hoch und klären das Ganze auf Dass wir Soweit alles erledigt haben So, Johnny Nichts Das war's Du hattest Hilfe Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken Sie waren furchtlos Die Rebellen taten auch ihren Teil Du hast sie inspiriert, Bayek Tatsächlich bewundern sie dich Unsere Höfe werden gut beschützt werden Sie lieben den irren Sivaner Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fajum heimsucht Dein Volk ist befreit Ein guter Anfang Hottefress Jetzt werde deinem Namen gerecht Und meiner Pflicht als Ehemann Schadja hat dich sofort gemocht, weißt du Du hast hier immer ein Zuhause Wenn du es brauchst Quest abgeschlossen Der Kampf für das Fajum Schadjas Puppe Quest Gegenstand Haben wir ein Püppchen gekriegt Das machen wir mal was So Fähigkeiten Haben wir auch drei Punkte am Start Ausrüstung Da können wir Äh Hört die maximale Pfeilmenge Können wir natürlich erhöhen Erhöht den Fernkampfschaden Das werde ich dann direkt erstmal nehmen So, haben wir zwei Nahkampf Neue Nahkampfwaffen Äh Die haben wir jetzt Das haben wir jetzt vorhin bekommen ne Ja die Keule und der Hasuna starb war das Unbewaffnet Sooo Einen anderen Fall haben wir auch noch Bogen haben wir auch noch bekommen Leichter Bogen Schnellfeuer ist das wieder ne Schnellfeuer ist das wieder ne Einen Präzisionsbogen Sehr schön Sooo Welcher Aufgabe Widmen wir uns denn jetzt mal Äh Ne 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 Weg der Gabianer Äh Noch zur Prüfung der Sachmet Okay Die ist 1200 Meter entfernt Wenn der mir mal sagt wo Da Die können auch mal eben auch für Karte gucken Da haben wir bestimmt nen Schnellreisepunkt oder Ja Ja Haben wir Schatz plündern Ja Den haben wir und den werde ich dementsprechend noch nutzen Weil 1300 Meter Ja Das ist schon Ist schon was Ist nicht mal eben Ist nicht mal eben so Lockerflockig rüber laufen Und äh Schon geht's los Na Von daher Machen wir mal da eben ne Schnellreise hin Und Gucken uns die Quest an Was ist denn hier los Halt Bleib stehen Ach Hier sollte ich unentdeckt bleiben Jo Machen wir nächste Quest abgeschlossen Warum auch immer Was Das war seine Quest Oder was Hammer Das war die Quest So Hier haben wir noch was Ich will das mit plündern Juu Kommt der hier hoch oder Verdammt Du bist kein schöner Anblick Und riechen tust du auch nicht gut Ich werde mich trotzdem vorsehen Was Was Unter der Sonne Hey was Wir sind zu zweit Keiner schleicht sich unbemerkt Was Dich schlitze ich auf So haben wir den auch Die Quest haben wir ja sowieso abgeschlossen Ich dachte eigentlich nur dass das irgendwie Purer Zufall gewesen ist Purer Zufall gewesen ist Die reiten jetzt natürlich hinterher Und lassen wir auch nicht in Ruhe Und lassen wir auch nicht in Ruhe Jupp Sterb mal Ich nicht So Was haben wir denn hier noch für eine Quest Hat sich richtig gelohnt Ja Es war absoluter Scheiß So Karte Wo ist die denn Ist die so weit weg oder was Da hinten Prüfung des Sobeck Der Weg der Gabianer Ich würde sagen wir reisen hier hin Was können wir gar nicht Aber hier hin Können uns dann quer durchs Wasser geben Um dort eben hin Zu gelangen Warum müssen wir denn so weit auch wieder Nach da hinten Hammer Die wollen der verarscht mich Egal machen wir da eben eine schnell Reise hin Ich werde da ein bisschen Mit dem Boot rumpaddeln Das ist das schnellste würde ich mal sagen Weil ich habe hier Da ja auch den Fluss hier auf der Karte gesehen irgendwo Wo ist der denn Wo ist der Und darüber wird es am schnellsten gehen Da Da Ist er doch Ist aber trotzdem Schon echt Mega Mega Stück zurück Wo müssten wir denn am besten lang Ich habe hier mal eine Markierung Müssten erst da hoch Müssen wir das Ding erstmal drehen Wie Wie Jupp So Jetzt aber Dann hier rechts lang Jo Dann Jo Ein Krokodil hat uns da gesehen Dann hier fährt Lauf um dein Leben Ja Das geht mir Weniger darum Sondern eher Um den Langen Weg Irgendwie So schnell wie möglich Zu überbrücken Meiner Meinung nach Das ist eigentlich Mit dem Boot Schon das schnellste Ist glaube ich schneller als so ein Pferd Kann auch sein dass mich Irre Aber das ist so Mein Gefühl Aber es gibt noch nicht Vollspeed Ne Weiß nicht ob es Ob es das Boot ist Weil das so Bepackt ist Man Ne Frosche Mal Entschuldigung Weil das so bepackt ist Oder Ich Wollte grad sagen Alter seid bloß nicht platt Ja Aber wir haben Die Hälfte Schon auf jeden Fall gepackt Und ich glaube das war nochmal War auf jeden Fall schneller als zu Fuß Und von daher Hat sich das schon gelohnt Haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit gespart Ja komm fahr Und von daher ist alles gut Sind das Tiere Alter Das haben wir ganz schön Schon ein paar Stück hier Die hier erstmal rumgammeln Sprich mit Leopatra in Herakleon Sie wird In ihrem Palast sein Neuer Ort entdeckt Sehr schön So Da oben ist auch irgendwo Schon Ein Aussichtspunkt Ist auch in der Nähe von der Quest Wenn ich direkt mitnehmen Wenn wir hier dementsprechend auch wieder Ein Schnellreiseohr Punkt haben Weil Man sieht es Es kann echt Schnell gehen Dass man Dann doch Wieder mal so weit reisen muss Oh Oh du sollst nicht wieder rein Bike Ich weiß auch gar nicht Was ich hier mache Ach schade Spring nicht so rückwärts ne Ja macht er nicht Macht der Lappen nicht So So Wo ist denn Dieser Ausguck Das dampfende Teil dahinten glaube ich Das wird erstmal neben abziehen Ah Guck mal hier Tarno Tarno Jetzt Entdeckt uns nichts mehr Unsichtbar Tarnmattel von Harry Potter Ja Gehe ich erstmal hoch Guck mir die Aussicht an Und dann geht es ab nach Cleopatra Bisschen weiter Der Oh Willst du mich totfahren oder Johnny alter Ist ja mit dir nicht in Ordnung Bike Bike Jetzt was zu lieb Alter Als hätte sie ihn eigentlich erstmal einen Handkantenschlag geben müssen So Da sind wir doch Synchronisieren wir mal eben Ja Dann wird irgendwas Letzten Endes Ach ja Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin